Hi ihr Lieben! Willkommen zu einer neuen Runde Forgotten Anne und ich bin mal gespannt, wie ich da... Oh Gott, wie ich da jetzt reinkomme. Ich kann wieder nichts sehen. Das hat mich jetzt gewundert. Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich jetzt erst mal hier wieder rein fuchsen. Das tut mir echt leid. Ich habe die Feinde nicht mehr gespielt. Dann passiert immer sowas. Na, der ist ja toll. Der kann sowas. Der kann tolle Dinge. Ich nicht. Ich muss dann wieder zusehen, dass ich da irgendwie rüberkomme und das hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert, wie ihr gesehen habt. Vor allem, weil sie da immer so weit springt. Das soll sie gar nicht. So hoch springen. Ja, das soll sie gar nicht. Das macht sie aber einfach. Aber ich muss ja irgendwie mal laufen. Die kann ja nicht nur springen. Wieder springt sie, denk mal. Jetzt drück ich den Knopf wieder bekloppt und sie springen. Jetzt drück ich den Knopf wieder bekloppt und sie springen. Das ist... Ihr versteht jetzt bitte wieder, warum ich Job dran hasse. Warum ich so weit für sowas eigentlich nicht gemacht werde. Ich bin da nicht für geboren. Definitiv nicht. Gar nicht. Schleppen lang würden nicht für Menschen wie mich erfolgen. Nicht für Menschen wie mich. Das ist das Ding. Ich muss das, wie ein Weser kommt. Geh nicht an ihm. Das ist das Ding, selber. Oh Gott, ich will das nicht machen, ich fahre doch wieder runter. Oh Gott, ich will hier nicht sein, oder ich will hier eigentlich gar nicht sein? Oh Gott, ich will hier, M. Wir treffen uns nach vorne. So, das war jetzt ein bisschen warm. Dann sollte ich es eigentlich schaffen. Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Oh, wie soll ich denn hier aus? Ah, ich spiele, wie ich wischig. Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Ich bin schon mal hochgegangen, ne? Ich bin schon mal. Don't start that again. I'm not. I'm just wondering if you ever feel bad. Yes, I feel bad all the time. I feel bad that no one seems to appreciate that we're slaving to provide the city with anima. And I feel bad that even a validated Forgotling like you questions the purpose that Mars Tabonku gave you. There are so many other places we could work. Yes, I'm sure you want to clean streets, demolish buildings, or set up security mirrors. You know what I mean. I don't have a clue. And if I were you, I'd be careful with spreading that rebel talk around. I'm not rebel talking. I'm just thinking. Don't. It's better that way. I thought, he goes ahead instead of saying something else. Now he lets us go ahead. That's very funny. We have to find another way. We need to find another way. Denn das Wii heißt in diesem Fall auch nicht, ich muss einen anderen Weg finden. Okay, da kann ich mich schon mal nicht festhalten. Okay, das heißt, ich kann hier nur zu. Was passiert, wenn ich eigentlich so ein Ding schon mal fühle? Ist doch immer wieder raus, das ist eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich das kaputt machen wollte. Helfe ich ihm hier gerade bei der richtigen Sache? Bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich hier helfen kann. Figg, kann ich hier helfen? Oh, du bist richtig. Wir müssen sie wieder auf den gleichen Zeit. Ich bin bereit. Bereit? 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 3, 2, go! 4, 2, go! 4, 3, 2, go! 5, 3, go! Hm. Mhm. Mhm. Das bringt alles gerade gar nichts. Oder müssen wir wieder festhalten? Ja, ich gehe ja schon. Ach, schon wieder zusammen. Na gut. Dann drück den doch auch. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Wer muss da wieder hin? Der Typ ist echt nicht hilfreich. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue hier. Ich würde das echt einfach noch mal kurz sagen. Eigentlich vertraue ich ihm. Es ist ein Misunderstandig. Wir können es herausfinden. Wir können es herausfinden. Du warst Red-Handed fangt Äther-Bridge-Tickets. Es ist nur ein Ort für dich. Ich kann es für euch. Ich bin sicher, dass es etwas ist. Ich bin ruhig. 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 Ich habe etwas, was du tun, eigentlich. Ja, endlich. Was brauchst du? Kannst du ein paar Schritte zurückgehen? Du hast es. Jetzt ist das. Das ist sinnvoll. Warte, stop! Quill! Warum hat er das gemacht? Quill war ein Rebel. Ich glaube, er hat ein paar Dinge gemacht. Aber das ist nicht ein Protokoll. Wir haben nicht Vergottlings so wie das hier. Sie kommen hier zum Arbeit. Ich glaube, ich verstehe was du mir wollte. Das ist ein unfaires Vergottlings. Ich informiere das zu Master Bonkou. Wir haben es noch nicht aufgelöst. Komm schon. Ich bin sorry. Quill nicht das verdient. Nein, er hat es nicht. Ich habe ihn mitgezogen. Wir müssen das abbeklemmen. Was willn't kann. WohLEDGE! WohLEDGE! Dasidity in diesem Ort. WohLEDGE! 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 Okay, kann ich das mal versuchen? Nee. Figg! Rini! Hi, I was, uh, hoping you were doing your rounds. I knew you'd come back. Then you also know what I'm here to do, and why the Enforcer's with me. I can't allow that, Figg. Figg? What's going on? Oh, Figg used to work here. Is that true, Figg? Did you work here? I was afraid you'd refuse to go if you knew. It'll all make sense very soon, Anne. Your answer is right behind that door. Everything will change if you show her this. I'm counting on it. We're going through that door. I'm reporting you to Master Bonku as soon as you do! Sorry, but you're not. No! Anne, look, I- I don't want to hear it, Figg. Just show me whatever it is you want me to see. This way. Okay, you can see what I'm going. You could have told me you used to work here. It wouldn't have mattered. What do you mean? I chose to follow you here. And I chose to trust you. You're right. I should have been more honest with you. I'm sorry. Whatever happens, I want to be your friend. I am your friend. You understand? Figg, what are you going to show me? I don't know if I will. 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 What do you mean? Das ist eine Anweisung von der Tower. Der letzte Segment der Aether Bridge ist nun verabschiedet und die Tauer Anima Reserve ist verabschiedet. Für die Ausgabe, ich werde eine steigere Behandlung von 85% über die Baseline benötigen. Also, die Kettel sind. Anne, ich sagte nicht hier zu kommen. Ich wusste, dass du wahrscheinlich dein Weg in hier ein paar Tage findest. Especially nach unserer letzte Talk. Ich hoffe, ich konnte mit dir sprechen, bevor du es getan hast.